Allo Halochön liebe Rechtszettler von FK, und hier komm zurück zur letzten Lettmark. Ähm, im letzten paar Wien wir in den Lettmark begangen. Und da haben wir, also wirklich alles geschafft, deswegen nehmen wir jetzt immer rein. Wee! Wee! Ach ja! Wee! 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 Undau- Wie war komischer, wie war komischer Kerl. Hä? Warte mal. Ach so! Oh! Da hab ich mich verbaut. Oh! Oh mein Gott, das war nicht einfach. Oh mein Gott, das war nicht einfach. So! Oh! Oh! Ich raum dann, glaube ich, meine Box aus. Wett gut! Gut, dann hab ich meine Box gerade ausgemacht. Ich kann ja der Test... Oh! Ja, toll. Und guck mal, nein! Ich schätze immer noch etwas zu machen. Oh! Oh! Oh, ja! Oh! 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 So, da bin ich wieder zurück. Ja, mir ist... Ich muss die leise machen. Ja, mir ist gerade aufgefallen, Freunde, dass in den anderen Aufnahmen genauso wie in dieser hier kaum Ton von mir vorkommt. Applaus für die Technik. Wee! War ja so ein Spaß. Boah, Krüppeltechnik. Ja! Ja! So! Ja. Einfach dahingeschissen. Sieht schön aus, ne? Ah! Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Ja... Jetzt wird mal ein Hund anzumeckern. Ey, so stimmt eine Bombe geben, Leute. Na... Genau, es wird... Alter! Alter, alter, alter. So, guck mal, es sieht doch eigentlich recht scheiße aus. Mir reicht es. So. Ja. Toll. Hilfe! Hilfe! So! Yeah! Können wir das eigentlich auch wegmachen, ne? Ich krieg hier mal einen Anfall, ich muss hier mal kurz die Playlist ausmachen. Von die Scheiß-Playlist. Playlist. Ich mal Lisa und Schokoloko-Moko. Ja. Genau so ne Benotte. Schon überhaupt keinen Bock hab. Ja. Das geht ja noch. Hu hu. Hu hu. Hu hu. Hu hu. Ja genau. Genau. Komm ey. Tch. So. Bis jetzt sieht es eigentlich sehr schlecht aus. Hallo. Mann. So, dann hab ich mir hier vorgestellt. Gnett hier so ein bisschen runter. Ja. Egal, das... Ooooooh. So bis zu einem Vierer-Gang. Im Prinzip. Wenn ich das hinbe... Ja toll. Wenn ich das hinbekomme... Alter, ist das Utan-Baum oder wat? Boah. Äh. Scheiße. Ich bin jetzt irgendwie grad richtig... Irralf. Ich freu's gar nix mehr. Boah. 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 Hier guckt grad so ein Pädobär durchs Fenster. Boah. Hier guckt grad so ein Pädobär durchs Fenster. Ich bin schon wieder gepfiffen. So, ja. Ja. Boah. Oh mein Gott. Schon wieder, ey. Ja. Boah. Oh, jetzt fängt mein Hund wieder an, ey, so schön, boah, Alter! Genau. Oh, der Pädobär kommt rein. Da ist schon wieder einer drin. Was willst du? Alter! Hier ist so ein unbekannter Herr auf meinem Bett. Ich kenne ihn nicht. Ja, ich hoffe, man hat's jetzt gehört. Das ist nämlich hier wieder der Dingens, ne? Ja. Der Dingens, der auch hier bei Schlendermann mitgemacht hat. Vielleicht mach ich mal... Vielleicht mach ich mal gerade meine Playlist aus, weil die geben mir jetzt auch um den Sack. So, jetzt, jetzt kann ich ja mal ein bisschen davon zu reden. Oh. So, okay. Oh. Ich glaube, ich habe ihn beleidigt. Hab ich dich beleidigt? Oh. 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 Was habe ich getan? Oh. Nein, bitte nicht. Und wie findest du, wie sieht's bis jetzt aus? Ja. Ja. Hat schon was, ne? Ja. Irgendwie. Wenn ich hier vielleicht nur Schläpps hinmache... Passt das? Ne, ne. Schläpps. Schläpps. Das sind das hier. Und wenn ich das jetzt so mache... Oh. Oh doch, das hat was, ne? Oba! Aber. Ich kann nicht hier noch so Notausgang machen, weißt du? Oh cool. Yeah. Hallo. Äh. Alter. So. Ja, guck mal. Passt eigentlich, ne? Yeah. Windows auf Windows. So, Dead Point. So, jetzt reicht's. Halt, Stopp! Halt, Stopp! Jetzt reicht's. Toll, noch nicht einmal mehr Kabel. Oh, Mann. No. Hallo, Pädobär. Was ich an wie Öni. Witzelt wie Bernd. Hilfe! So. Ey, das sieht doch geil aus, oder? Das hat irgendwas. Richtig ist geil steil, weißt du? Richtig Style. Oh cool, das hat sogar jetzt mal gepasst. Ist sogar sehr symmetrisch. Richtig. 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 Kommt hier rein. Ah, guckst du, ist total ein. Wenn ich schätz. Pat uff. Pat uff. Pat uff. Schätz so mache, ne? Sieht aber nix aus, ne? Ne. Okay. Wo steh'n Pädobär erstmal wieder fragen. Oh, jetzt hab ich hier kaputt gemacht. So. Dann haben wir das, dann müssen wir irgendwann mal wieder Kabel... Kabelstone jammeln gehen. Die Wirkbench können wir hier lassen. G... Geronimo! Yeah! So. Wah. Wah! Hilfe! Alter! Alter! Okay. Okay. Gut. Okay. So Freunde, das war's jetzt wieder von diesem Part. Ich weiß, er war auch wieder ziemlich kurz. Egal. Haut rein und macht's jut. Oh!